Musik Am besten ist es, wenn man die Menschen dort abholt, wo sie momentan stehen. Hier haben wir mal so einen Menschen. Dieser Mensch hat normalerweise ein gutes Herz. Das ist etwas, was die große, große Mehrheit der Menschheit miteinander vereint. Dass die meisten Menschen schon instinktiv richtig, also wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist das Herz am rechten Fleck. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber es sind nur ganz wenige Ausnahmen. Und dieser Mensch hat zum Beispiel eine Idee, er möchte in seiner Stadt oder in seinem Umfeld, ich erzähle jetzt so eine kleine Bildergeschichte, dass ein Schwimmbad gebaut wird. Er hält es für wichtig, für die Gesundheit der Leute und so weiter. Und er findet es selber auch gut, da hingehen zu können, etc. Und dann kommt er ins Gespräch mit anderen Leuten und dann kommen plötzlich Leute ins Spiel, die sagen, okay, ich kann dir dieses Schwimmbad, kann ich dir bauen. Aber da gibt es eine Voraussetzung dafür, ich muss dazu dann legitimiert werden und das kannst du bei der nächsten Wahl machen. Du kannst mich dann wählen. Und das macht er dann auch. Weil gutgläubig, wie wir sind, fallen wir immer und immer wieder auf diese Versprechen rein und machen unser Wahlkreuz dann in dieser Gutgläubigkeit bei einem Menschen, der mit großartigen Versprechungen an uns herantritt oder mit uns in Kontakt ist. Ja, und dann verspricht er das. Aber es gibt da ein Problem, das muss jemand finanzieren. Das muss jemand dafür, jemand muss das machen. Und er wendet sich jetzt an einen Außenstehenden, der überhaupt nichts mit diesem Schwimmbad zu tun hat und mit dieser Gutherzigkeit des anderen Menschen und sagt ihm, ja, du musst dafür bezahlen. Ich bin hier, um die Steuern einzutreiben und du musst dafür bezahlen für dieses Schwimmbad. Dann sagt ihm der andere Mensch vielleicht, ja Mensch, ich habe dich gar nicht gewählt. Ich habe jemand anderen gewählt, beziehungsweise ich habe überhaupt nicht gewählt und ich will kein Schwimmbad, aber ich brauche keins. Und warum soll ich dafür zahlen, dass irgendwie andere Leute ein Schwimmbad haben wollen? Das ist die Antwort, weil ich gewählt bin und weil ich das Recht dazu habe, Geld von dir zu nehmen, um diese Sachen zu finanzieren. Kennt ihr da die Situation? Jetzt kann es zum folgenden Fall kommen, dass die betroffene Person einfach sagt, nee, ich möchte das nicht bezahlen und du kriegst kein Geld von mir. Jetzt wird es interessant. Jetzt passiert nämlich genau das, dass er mit Zwang und Gewalt bedroht wird und über die Steuern wird dieses Geld eingetrieben und zwar vollkommen alternativlos. Es wird beigetrieben, definitiv. Wer sich der Zahlung verweigert, kriegt erstmal ein paar bunte Briefe und Vorladungen und was weiß ich und dann kommt eine Gerichtsverhandlung und dann gibt es irgendwelche Leute, die dann an der Tür klingeln mit lustigen Mützen und Uniformen an und die ziehen im Zweifel eine Waffe, wenn man nicht gehorcht und das Geld wird eingetrieben oder es wird ein Gefängnis gedroht, je nachdem. Das ist die Kette, die dahinter steht. An der Stelle kann man die Leute abholen und diese Kette einfach mal erläutern. Viele sehen das nicht. Viele Leute sehen das nicht. Sie meinen, sie handeln in guter Absicht, wenn sie jemanden anderen dazu legitimieren, Geld einzutreiben für irgendwas, was sie sich für die Gemeinschaft wünschen. Erstmal zu erklären, so ist der Zusammenhang. Es findet sich in jedem Gesetz exakt so beschrieben wieder. Und der Trick jetzt ist, das was hier in der Mitte passiert, was sehr, sehr kompliziert sein kann und mit irgendwelchen tollen Ritualen ausgestattet ist und mit einer medialen Aufmerksamkeit versehen und die stehen da alle in Anzug und Krawatte und alles hat so seine Ordnung. Es entsteht so eine Art Scheinlegitimität und diese einfach mal rauszudividieren und zu gucken, was dann passiert. Dann sieht die Situation so aus. Also dieser gut meinende Mensch mit seinem Herz, was am rechten Fleck sitzt, ist letztendlich dafür verantwortlich, dass dem anderen die Waffe an den Kopf gehalten wird und dass er dazu erpresst wird, seine Vorstellungen Realität werden zu lassen. Und an der Stelle kann das Opfer immer die Frage stellen, du hast doch eigentlich gut gemeint. Es war doch eigentlich gut gemeint, dein Plan. Wie kann es sein, dass du jetzt dafür verantwortlich bist, dass mir die Waffe an den Kopf gehalten wird? Und dieses Argument nennt man against me. Das kommt aus dem Amerikanischen. Da gibt es einen Philosoph, der das auch mitentwickelt hat. Das kann man in einem Gespräch einsetzen. Man kann in der Situation dann auch fragen, Mensch, du wünschst dir hier eine Bibliothek oder ein Museum oder ein Schwimmbad oder ein Krankenhaus und möchtest das über den politischen Weg realisiert haben. Was ist, wenn ich anderer Meinung bin und mein Geld lieber irgendwie in den Kindergarten spenden will und ich werde trotzdem dazu erpresst? Würdest du mich persönlich dazu erpressen? Würdest du persönlich zu mir kommen, nach Hause bei mir klingeln und mich dazu auffordern zu zahlen und im Zweifel die Waffe zu ziehen? Und an der Stelle wird es wirklich hart. Also an der Stelle brechen die Leute zusammen, argumentativ. Weil diese Sache findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Es findet nicht mehr auf der technischen, rechtlichen Ebene statt, nicht mehr auf der inhaltlichen, sondern auf der emotionalen. Da geht es um Werte, um Prinzipien, um Moral, um Sittlichkeit. Und es gibt für den Gesprächspartner in der Situation keinen Ausweg mehr. Es gibt Leute, die stecken dann in der Sackgasse fest und aus Prinzip sagen sie, ja, das würde ich tun. Das gibt es. Es sind ganz, ganz wenige. Mir ist es nur, obwohl ich diese Gespräche sehr, sehr oft führe, nur sehr, sehr selten gefragt, sehr, sehr selten passiert. Und in der Situation, sage ich, kann man das nochmal emotionaler machen und sagen, ja, stell dir vor, ich habe zwei Kinder zu Hause, die kriegen das mit, dass du bei mir vorbeikommst und mir dann in den Kopf schießt. Was erzählst du meiner Frau und meinen Kindern als Rechtfertigung? Dass du ein Schwimmbad bauen wolltest für die Allgemeinheit? Dass du ein so guter Mensch bist? Wäre mal ganz interessant. Deswegen mein Tipp, bevor ihr sowas macht, macht vorher einen Vertrag mit der angesprochenen Person. Was dann passiert ist, das sitzt erstmal richtig, richtig tief und es kann sein, dass die Person erstmal nicht drauf reagiert oder sie reagiert irgendwie so, ja gut, in der Form habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich hast du recht. Wichtig ist in der Situation, einfach der ganzen Sache erstmal Zeit zu geben, weil man zieht den Leuten den Teppich unter den Füßen weg und das müssen die erstmal verdauen. Einfach in Ruhe Zeit geben und irgendwann kommt es schon zurück und dann sagen die Leute, Mensch, ich habe drüber nachgedacht, was wir besprochen haben und ja, ich bin da auf jeden Fall weiter dran an dem Thema und dann hat man es eigentlich geschafft, weil das ist der Grundstein jeder Veränderung, dass man erstmal so ein Gedanke, so ein Gedanken aufgebracht hat, der immer weiter arbeitet und der sich immer weiter verstärkt und vor sich hin reift. Vielleicht hat jemand den Film Inception gesehen, wo ja, der Hauptakteur dann auch sagt, es gibt nichts Mächtigeres als ein Gedanke, eine Idee, die man den Leuten in den Kopf setzen kann. Und dann ist es natürlich Zeit, sich über Alternativen Gedanken zu machen. Also, Alternativen zu der linken Seite, die ja nachgewiesenermaßen, soeben nachgewiesenermaßen nicht besonders hilfreich ist und die Alternative lautet aus meiner Sicht, sucht euch andere Menschen, wo das Herz am rechten Fleck sitzt, wo ihr das wirklich in den Augen auch seht, dass sie es ernst meinen, wo ihr wirklich seht, es sind keine Lernversprechungen, es sind keine politischen Versprechen und es sind Leute der Tat, die diese Idee weiter treiben, weiter diskutieren, weiter tragen, so dass so ein aufschaukelnder Prozess entsteht und am Ende steht das Schwimmbad dort und es ist vollkommen freiwillig finanziert, gebaut und bestens in Schuss und in der Regel sehr, sehr viel besser in einem besseren Zustand als auf der anderen Seite. Vielen Dank. Applaus